Meine Geschenke habe ich noch nicht alle im Binnenland. Ich habe noch keine Geschenke gekauft, weil wir Geschenke an Weihnachten nicht so wichtig sind. Ich habe irgendwie gar keine Zeit zum Geschenke kaufen und irgendwie habe ich auch keine Ahnung, aber ich habe gar nicht so richtige Ideen, die ich gerne posten möchte. Noch nicht alle leider, aber ich bin dran, ich bin dran. Aber ich nehme mir Zeit und eins und das andere, was so etwas passt. Für mich ist die Familie, dass ich mit einer Familie zusammen ein paar zählt und mit Freunden und auch mit Leuten Weihnachten verbringen. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich sehr viele Sachen im Geschäft habe, die ich weiss, dass die Leute gerne haben. Und dann ist es mir natürlich einfacher. Ja, das habe ich schon. Ich habe schon ganz viel gekauft, weil für mich ist es einfach wichtig, dass ich es schon habe und dass ich mehr Zeit habe in der Weihnachtszeit für die Kinder. Und darum kaufe ich das eigentlich immer schon viel, viel früher. Nein, bei uns gibt es Gott sei Dank keine Geschenke, das erspart mir und im Rest der Familie viel Stress. Nein, bei uns gibt es Gott sei Dank keine Geschenke. Ja, bei uns gibt es Gott. Ja, bei uns gibt es Gott. Ja, bei uns gibt es auch nicht passiert. Untertitelung des ZDF, 2020